was vor was geht mit Ramos 6 Edge Video Leute da fangen wir mal direkt an mit der Map die überarbeitet wurde natürlich ähm nicht lange neu da fangen wir mal an das dritte Video weil irgendwie Lobby reingeschwissen wird schon angefangen hat hoffentlich nochmal da fangen wir mal mit Clash an eine negative Sache sie kriegt ne gute Waffe das ist echt ne gute Waffe aber die haben dafür gesorgt dass es ne 2 Schuss Waffe ist ihr müsst also bitte nicht wieder in dasselbe Match bitte nein oder nein das war vorhin dritte Runde schon wieder so ne laufende Runde reingejoint das ist sehr schade finde ich also das wollte ich nicht deswegen hab ich auch nochmal neu gesucht das ist einfach scheiße das ist ja sowas von klar so was von klar No, I have one time I have not played noch Clash, ja, bitte Ich spiel zum ersten Mal Dis, 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 correct Disrespect Wer das jetzt gesagt Also da seht ihr jetzt, was ich meine, Leute Ich hab sie auch kurz alle beide angespielt Dann hab ich mir gedacht, ich mach ein Video heute mal Gestern hatte ich keine Zeit, sorry Ja, Leute, seht ihr jetzt gleich Also ne Zwei-Schoß-Waffe ist das, also Da muss ja auch wieder die Schießtaste Spam, wie wenn ihr Pistol, Pistol, Pistol Wie bei Pistol, Dauer-Spam, aber hier müsst ihr Also, ja Oh Ja, lol Why? Yeah, let's go Warum, du kleiner Mutterficker Herrlich Kleiner Mutterficker Thanks, thanks You can play everything, du Peach, alle Ich fick deine Mutter, du kleiner Huchelsohn Ganz ehrlich Digger, das ist so ein Abfuck schon wieder Nur weil er spielt, ich spiel ja zum zweiten Mal Einen dieser neuen Operator Nein, das reicht ihnen ja nicht Unbedingt töten müssen sie, unbedingt So kleine Pistenecken sind das Ich fick ihre Mutter Man versucht hier mal ein normales Video zu machen Da kommt ein Huren so aus der Ecke und denkt Ja, ich töte ihn mal, BAB Also hier seht ihr, ich mach mal diesen Schalldämpfer weg Ich bin mal Ah, selbe, selbe Schaden Wow, das ist ja mein saugroßer Schalldämpfer Nein, ich glaube, ich nicht, oder? Nein Gut so Also, da seht ihr ja, Leute, was ich meine Ist eine Zwei-Schuss-Waffe und das ist Eine Einschuss-Waffe Trotzdem Das Vollspann Ja, ihr versteht ihr, was ich meine, Leute Jetzt gehen wir zum Neun rüber Die Fähigkeit finde ich nice, eigentlich sogar Falsche Waffe, sorry, M4 Die andere ist auch, finde ich echt gut, diese Sniper halt Diese Sniper finde ich echt gut, finde ich Also, das ist zwar eine Sniper, aber eine echt ordentliche Sniper Und wir, die töten mich schon wieder Komm, komm, komm BAB Jetzt Alles Oh, das ist auch mal neu aufgebaut Oh, das ist gut Das ist echt gut Boah Oh, was ist das für eine Taste Ah Wie geil ist das denn gemacht worden Ohne Spaß, Leute Ohne Spaß Das ist echt nice Echt nice Gemacht worden Ihr könnt einfach direkt hier spammen Normalerweise musst du ja da drauf drücken Und dann so machen Der hat verlassen, weil er unbedingt auch den 9 Operator spielen will Geht einfach Eigenes Spiel Spielt gegeneinander Terroristenjagd Nur weil ihr alle den 9 Operator spielen wollt Die Tester sind eine Woche lang an Jeder kommt dran Nur weil ihr langsam seid, nicht mein Problem Ich gebe auch nicht ab Ich habe Terroristenjagd auch Natürlich Verteidigung Terroristenjagd und Angreifstheoristenjagd gespielt Einmal einfach so Aber nein Die killen mich unbedingt nur Weil ich ihn nicht gegeben habe Nur Es ist einfach lächerlich Wenn ich mich jetzt wieder kille Das lade ich dann hoch Hier Einfach We need to protect the biohazard container Secure the room Ja Aha Ach Kill Ähm Was weiß ich Punkte Das eine Das mit der Hand Ähm Assistist Nein Das eine ist kill Ja das könnte assistist sein Gut möglich Kill Assistist Tode Ja Und danach ping Ja Das ist echt Das lädt sich sogar noch wieder auf Leute Guck Jetzt versteht ihr Zwei Schuss Zwei Schuss Das war's Nein 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 Das war's Nein Kann man Zis 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 Ey Zis 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 Wow, was ist denn hier los? Ehrlich? Woher kommt die Drohne auf einmal? Ja, ganz toll. Oh Gott, da wurde ich gepinnt, bap. Nicht mal so gut im Einsatz konnte ich spielen, das ist schon wieder so was, was ich hasse. Einer gegen vier Leute, bau. Der ist am Arsch. Noch die Schrott dazu, da war einer gerade. Wer spielt schon Legion mit Ding? Schrot, ich spiel Legion gar nicht mit, der hätte auf Bisschen wechseln sollen, ich nicht scholen. Bap. Jetzt muss ich wieder schnell sein. Komm, hier unten war der so irgendwo in dem Dreh. Komm. Nein, der war schneller, schade. Schade, 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 schade. Den wollte ich gerade spielen, Leute, sorry. Der war schneller als ich. Schade. Schade. Irgendwie ist der nicht so, so Leute sind nicht so geil auf den, ja, auf Merylick, da kann ich auch verstehen. Die Waffe ist echt geil von dem. Und dann auch wenn er noch diese Peak-Löcher macht für euch, ihr könnt alles rasieren damit, wenn ihr Blackbird spielt, würde damals Blackbird nicht genervt worden. Damals war ja sein Schild fast schon zerstörbar, wo er rauskam. Wenn ich noch mal mit dazu gekommen bin, das wäre ein unglaubliches Team. Das wäre ein echtes unglaubliches Team. Die hätten alles gefickt. Ohne Spaß hier. Alles gefickt. Komm, nicht rein. Ja. schulandet 3 4 4 9 schade schade soll nachrichten bei haupt oder so was sollte das wie möglich das zeichen ich gehe durch diesen aber trotzdem der Mischung die Brunnen wo hoch und die Zollern und er hat er ich bin fast geschossen so so auf Panik hier Also, come on, ich bin nicht hoch. Ah ja, hier kann man hoch. Ja, ja, ist zu alt. Ah, kommt schon. Oh, ich bin doch so ein Spastielle. Nicht mal rein, Wilder, was ist das? Was war das denn? Oh, ich schreib schon, wie das ist. So ein Fuck wie der... Ist das auch ein Fenster? Von wo hin jetzt schon wieder? Waren ich hinter mir Leute? Hä? Das ist ja mal so wieder, so eine Arschkürte. Die Bilder werden da weniger fassen. Ich will mit Mario League spielen, aber nein, darf ich irgendwie nicht. Vielleicht nächstes Match, vielleicht darf ich. Vielleicht hab ich Glück. Und das ist die Fähigkeit, Lord. Dann geht die Piecklöcher machen, oder... Was für Schnee-Mobil-Grade zum Beispiel. Wenn der Moran gibt, ihr könnt unmute und bandit Dinger da durch. Das heißt, Mira-Dinger könnt ihr nicht... Also, davon nicht so betroffen. Will ich eh nicht spielen. Das gefällt mir nicht so. Wen spielen wir denn? Ich hab irgendwie fast alle... Wollen wir mal so Velcro spielen? Diese Tarnung hab ich sogar! Nein, so eine ähnliche, so eine ähnliche. Aber... Ah, nein. Nein, hab ich nicht. 1-1, ich hab 0 Kills, 2 Tore. Ja, dann hab ich doch recht. Und das ist für Assassists, das sind die Kills. Ja, das ist sogar gut aufgeteilt, finde ich. Das sieht sogar ein bisschen besser aus. Mit jedem Update erinnert sich fast dieses Ding hier schon. Könnt ihr hier... Was? Ach so, ich hab mir schon gedacht. 1-0... Ah, das Bild fällt mir. Das Bild kommt mir irgendwie bekannt vor. Das hab ich schon mal irgendwo gesehen. Und der eine alte Ghost-Ding, das weiß ich jetzt nicht. Das bin ich. Crazo... Okay. Oh. Ach so, Kinderzimmer, oder? Ah, ich hab nie drin, nicht vergessen. Schade. Das ist immer gut. Mir gefällt der Schick nicht. Mir gefällt mir einfach gar nicht. Vielleicht wenn ich ein längeres Spiel würde, vielleicht würde ich irgendwann ein Gefühl für den Operator entwickeln, aber... Ja. 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 Wapp. Bitteschön, hab ihn gesehen. Wapp. 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 W Он. Wapp. Tass Sameett. JAAA. Je ne objective. Jaaa... Eigentlich habe ich woanders hinbezieht, ich war... Oh du bist auch wieder da, was geht jetzt? Ich folg dir mal. W-W-W-W-W... Was ist das? ja komm doll was ist das denn wieso bin ich aufgestanden was war das denn grad hat jetzt mal der neue opel doch da hab ich nicht gemerkt und hab ich hier was gutes drauf naja ehrlich gesagt ja das geht sogar diese Kerne naja naja ich höre aber immer die rennen schon alle direkt weg die neue map geht sogar klar eigentlich irgendwie hat man gefühlt auf den Tester waren weniger böse gefühlt komm du schassst los nein du schassst es nicht hinterm schütt geht der safe von mir ja ja hinter meinen schütt auf 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 man freut sich so irgendwie auf dem test server ne claymo, ne rauchgranate dann ne pistol was kann man da drauf tun also schalldämpfer und licht halt marrix zeichen sieht so und so so muss man bekannten sehen bei der reihe die Karte hochklautern man darf das was ich auch am Anfang war das egal wenn das Klavier feature hätte mit zu spielen Papa Papa Abbaa okay man so genau werden wir jetzt auch nicht wenn man da rüberfangen würde bei er er und jetzt schlöpfen so dass er war Wenn ich jetzt gestülpt werde, meine Hoffnung ist das... Das ist ja echt geil. Sorry. Ich hab mich kurz gekastet. Ich hab jedenfalls niemanden gehört. Ist das ein Schild oder ein Ventilator? Okay, der hat es geschafft. Am Schluss wäre es noch Kavere gewesen und hätte ihn verhört, dann wären wir am Arsch. Ich will nicht runterfallen wieder, danke. Freie Fahrt bis hier hin. Ich könnte ein Pieckloch machen, aber am Schluss gucken wir nicht ins Pieckloch rein und weg hier. Nein! Nein! Ich wusste das! Hallo? Es ist sowas von klar gewesen. Es ist so ein Scheiß schon wieder. Ich will grad aufmachen. Ich wusste, dass irgendwann kommt. Wenn ich aufmachen will, kommt immer irgendwie einer. Dann kommt der Barb. Ich mach Marewick, darf ich richtig spielen schon wieder. Ich hätte erwartet, dass er von hinten jetzt goldt wird. Der Schildspieler. Jetzt kommt der von dort. Was macht der da? Da ist doch keiner. Ja. Ja. Der Schildspieler. Der Schildschirm. Der Schildschirm. Kann er auch nicht von hinten kommen? Ich habe jetzt nicht sehr oft ein Schild drauf gespielt. krass, ich hab nicht mal einen kill, das ist schon wieder so abfuckt Black Salami ahhh, schwarzer Salami der Typ hat irgendwie Probleme vielleicht ein altes Video, vielleicht auch nicht, mal gucken Matchball, oh und greifen, Merrick mit mir keiner hat was gesagt, also die Show to play was wollen wir hier eingeben, nix pass auf Seite es ist das Leben, wo ich euch trete hier ist wieder langer Show was, den zu dritt? wow, ja der hat noch keinen Bock auf diese Verlänge ja der hat es ist nicht nur da oh man, schwarzer 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 wup noch einmal komm ich schaff, ich bin der Beste we are the champions 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 oh ja jetzt stürm ich mit den Arriba schwarzer oh krass da ist ein Fenster also ich geh mit den lang schwarzer komm mal da rein, oh das wäre, das wäre nice die von Assassin's Creed aus was war das denn grad, was war das? das ist aber man kommt dann von dort, dann kommt dann von dort ich bin nicht gekillt das war ein echt ein komisches Spiel Hauptsache ein kill und somit ist das Video ausgeglichen Leute mir gefällt der Typ, aber die Mütze gefällt mir nicht die andere ein kill, das ist mal echt hart gewesen ich bin nicht wir dürfen es wird richtig es wird